Der Elevator-Vlog mal wieder auf kleine Auswärtstour. Wir befinden uns nämlich immer noch in Münster. Aber das Sommerloch, das aktuell vorherrscht, wenig Produkte, wenig Neuheiten, wollen wir dafür nutzen, um euch mal zu zeigen, was wir in unserer Freizeit am liebsten machen. Und das ist nämlich Musik. Und dafür haben wir uns hier bei Matze eingefunden. Den kennt ihr ja auch schon, sowohl aus Outland, als auch haben wir vor zwei Jahren nicht in einem alten Studio noch Besuch, Matze. Genau, das war noch in der Agilie-Straße. Ja, und jetzt sind wir hier am Hafen, unschwer zu erkennen. Ja, wir haben alles neu gemacht, seit letztem Oktober sind wir hier. Können uns gerne mal besuchen kommen. Cyberder Studios am Mittelhafen. Ja, da schauen wir uns mal ganz genau an, was du hier alles so schön Neues aufgebaut hast und umgebaut hast. Und der Fred ist auch mit von der Petty, den kennt ihr auch aus der Hotline. Und aus einem Elevator-Vlog als Loopstation-Artist darf man dich auch titulieren. Titulieren? Als was denn? Eigentlich bin ich nur die freundliche Stimme aus der Hotline. Aber da hat noch einiges mehr drauf, als einfach nur freundlich zu klingen. Und das schauen wir uns gleich einfach mal mit so ein bisschen Herumgedattel an, nenne ich das mal, was wir gleich machen. Herumgedattel. Professionelles Herumgedattel. Bitteschön. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.